Die Steckenpferdressur hier beim Maifeld-Derby ist schon was ganz Besonderes. Ich hatte eine sehr harte Vorbereitungsphase. Wir haben eigentlich auf YouTube die ganze Zeit Pferde-Reit-Turniere angeschaut. Es ist um uns herum Schlamm gespritzt, während wir versucht haben. Wir haben keine Scheu gemüht. Top-of-the-Pops, ne? Power! Nichts ausgelassen und alles probiert. Die Promillegrenze hoch zu halten, das ist ein wichtiger Teil davon. Die Vorbereitung, also die Kostümwahl ist sehr, sehr wichtig. Gutes Training, es hat auch Freude gemacht. Es hat zum Vokal geführt. Zum Vokal. Wird die Seele nicht eben gut geholfen. Das ist so wichtig. Das ist die ganze Zeit. Das ist richtig. Zum Vokal. Das ist so wichtig. Im Auftrag des WDR Vielen Dank.